Wir schauen uns mal den kleinen Finger der linken Hand an. Kennst du das, dass der dir zu kurz vorkommt oder zu steif? Warum muss der so schwer arbeiten? Und wie kann es für ihn leichter gehen? Bewegt er sich genauso wie der kleine Finger der rechten Hand? Und genau das alles schauen wir jetzt mal an in diesem Saxophon-Tipp. Dein kleiner Finger, der linken Hand, der muss tatsächlich vier Klappen bedienen. Hier auf diesem Block. Und diese vier Klappen, die sind noch dazu über lange Umwege erst mit den Tonlöchern verbunden. Noch dazu sind es die größten Klappen des Saxophons. Das heißt also, dass dein kleiner Finger nicht nur viel Beweglichkeit bringen muss, sondern auch noch viel Kraft aufwenden muss. Viel mehr als zum Beispiel der kräftige Mittelfinger, der hier eine Klappe bedient und die ist direkt über dem Tonlöch. Wie geht es nun, dass diese schwere Arbeit leicht ausschaut? Und dass dein kleiner Finger die gleiche Virtuosität bringt? Denn der Musik ist es völlig egal, ob dein kleiner Finger hier sich so abspreizen muss und hier viel Akrobatik machen muss oder ob der Mittelfinger, der starke Mittelfinger nur hier eine Bewegung machen muss. Insofern brauchst du da gewisse Übungen, die wir uns gleich mal anschauen. Lass uns das auch von Klappe zu Klappe machen. Die erste Klappe, die wir angucken, ist die oberste, die Gis- oder Ass-Klappe. Die hat meistens, so wie bei meinem Saxophon, auch nochmal eine Perlmutbeschichtung. Für mich ist das ein Level-2-Ton. Der kann aber auch schon früher drankommen in Orchester- oder Ensembelliteratur und den kannst du dir natürlich in einer Grifftabelle nachschauen. Das Besondere daran ist, dass der kleine Finger sehr nah an dem Ringfinger anliegt und das schränkt seine Beweglichkeit doch gleich mal sehr ein. Wie kann sich der kleine Finger hier jetzt leichter bewegen? Zunächst einmal, ich mache da mal mein Handgelenk ein bisschen sichtbarer. Den Ärmel weg. Wenn dein Handgelenk hier oben ist, dann siehst du, dass dein kleiner Finger von den Klappen sehr weit entfernt ist. Also dieser Knick, geh mal da tiefer. Und du siehst schon mal, dein kleiner Finger, wie sich der auf die Klappen legen kann. Das heißt, dein Grundgelenk, deine Grundgelenke sollten parallel zum Saxophon sein, dann sind alle Finger gleich rund und können sich alle Finger im Grundgelenk gleich bewegen. Also der kleine Finger bewegt sich in der gleichen Art wie der Zeigefinger, der Mittelfinger oder der Ringfinger. Dazu sollte das Handgelenk tief sein und eine gerade vom Ellbogen bis zu dem Grundgelenk vorbilden. Dann hast du auch mehr Kraft, weil du die Klappe von oben triffst und nicht so von der Seite her. Also, so hast du die ideale Haltung. Als Übung schlage ich dir erstmal vor, zwei Töne im Wechsel zu spielen. Zum Beispiel A-Gis. Dazu bewegst du nämlich zwei Finger, Ringfinger und kleiner Finger. Das ist erstmal leichter, als den kleinen Finger alleine zu bewegen. Das klingt dann so. Dabei achtest du vor allem darauf, dass sich die Finger gleichmäßig bewegen, also die Töne gleich lang sind. Und du achtest vor allem auf das Heben, dass du die Finger explosiv von den Klappen löst. Denn das ist die Schwierigkeit beim kleinen Finger, dieses Heben. Wenn man wie das bei mir ausschaut, das ist jetzt eine Bewegung, die man im Alltag kaum benötigt. Und das muss man auch erstmal trainieren. Diese Beweglichkeit im Grundgelenk. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn du diese Bewegung gemacht hast, dann kannst du mal nur den kleinen Finger alleine bewegen. Also G-Gis zum Beispiel. Und als weitere Übung kannst du da wechseln zwischen A-Gis und G-Gis. Das Entscheidende ist tatsächlich die Präzision der Bewegung und nicht die Geschwindigkeit. Und auch die Gleichmäßigkeit ist das Entscheidende. Wenn du jetzt noch eins draufsetzen willst, dann kannst du das natürlich auch in einem gewissen Rhythmuswechsel machen. Also du machst erstmal zwei langsame Bewegungen und dann vier doppelt so schnelle. Und dann wieder zwei langsame. Ich mach's mal vor. So, jetzt gehen wir mal zu den unteren Klappen hier. Da wird es jetzt aufwendiger, denn der kleine Finger muss sich jetzt unterschiedlich bewegen. Hier die äußere ist die Cis-Klappe, die innere die H-Klappe und da muss sich der kleine Finger etwas strecken. Und die Tief-B-Klappe, da muss er sich sogar noch abspreizen. Das ist also die aufwendigste Bewegung, weil da verliert er natürlich total an Kraft. Deswegen, für mich geht es leichter, wenn dein Handgelenk tiefer ist. Schau mal, dann kann der kleine Finger sich auch wieder ideal im Grundgelenk bewegen. Und das schauen wir uns nochmal Bewegung für Bewegung an. Du greifst also mit der rechten Hand das tiefe C. Da ist der rechte kleine Finger auch beteiligt. So, und jetzt machst du erstmal die Übung C-Cis. Dazu muss der kleine Finger sich etwas mehr einknicken und dann schaut es so aus. Mit dem tiefen H ist es so. Und jetzt mit dem tiefen B abspreizen. Ja, es gilt also tatsächlich diese Beweglichkeit im Grundgelenk zu trainieren und dass der Finger sich selbstständig heben kann. Dass du da nicht so mit dem Handgelenk mitmachst, weil dann ist der kleine Finger sofort wieder weg von den Klappen. Und während dem Spielen das Handgelenk wieder tiefer zu bringen, das ist fast unmöglich. Das ist sehr aufwendig. Da muss man sehr dran denken und die Hand ist da aber dann auch fest. Und das zu lösen während dem Spielen, ja, schwierig. Deswegen achte drauf, dass dein Handgelenk tief bleibt. Die Lösung für alle vier Klappen heißt also, dass dein Handgelenk tief ist. Dadurch sind die Grundgelenke der Finger parallel zum Saxophon und vom Ellbogen bis zu den Grundgelenken ist es eine Ebene. Da ist kein Knick im Handgelenk. Dann kann sich der kleine Finger ideal bewegen und seine Kraft einsetzen. Und das muss man natürlich trainieren. Das ist wie wenn du deine Beweglichkeit im gesamten Körper trainierst, Spagat machen willst. Da brauchst du Jahre zu, bis das geht. Vielleicht geht es nie. Aber genauso ist es hier, das muss man oft wiederholen, diese Beweglichkeit im Grundgelenk zu trainieren, weil das ist keine Alltagsbewegung. Wechsel immer zwischen zwei Tönen ab. Trainier das Heben und das Greifen mit dem kleinen Finger. Wenn du jetzt eine fortgeschrittenen Übung machen willst, dann kannst du natürlich alle vier Klappen oder alle drei unteren Klappen im Kreis bewegen. Ich mache es dir einmal vor. Da kannst du kreativ sein. Du kannst es rhythmisch dann nochmal machen. Du kannst es in den Kreis umdrehen. Aber es geht darum, die Beweglichkeit vom kleinen Finger zu üben. Das ist Schwerstarbeit. Ich will dir da nichts vormachen. Und das dauert. Da braucht man ein bisschen Geduld. Aber du weißt jetzt, wie du den kleinen Finger trainieren kannst. Und das ist der Weg zur Leichtigkeit. Wenn du dich jetzt mal fragst, was diese schwarzen Rollen in den Klappen auch für die rechte Hand bedeuten und wie du da den kleinen Finger über die Klappen schieben kannst, da schau dir einen anderen Saxophontipp, einen der nächsten Saxophontipps an. Und da gehe ich nochmal genauer drauf ein, weil das ist eine besondere Bewegung, die aus dem Handgelenk kommt. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Trainier deinen kleinen Finger, bleib dran. Geschmeidigkeit und Leichtigkeit ist das Ziel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.